so wir sind jetzt bei bau auf 2,2 tüte nummer 2 wie ihr seht das paket beziehungsweise die einzelteile die dann noch ein bisschen eine minute tüte nummer zwei jetzt kommt hatte geht es natürlich mit der unterheben weiter vom mundstück aufwärts bis maximal halt augenbereich aber mal gucken ob hier noch angesagt wird wann halt natürlich nicht jetzt kommt die ganzen klinge fußelteile hier guckt so ich werde mal kurz das licht anmachen weil es wieder wie ihr seht wird es langsam etwas bewirkt hier draußen bei uns wieder normalerweise wollte ich ja eigentlich halt draußen im garten auf der terrasse bauen aber das war dazu wenn wir kommen wieder her hat sagt wieder guten tag grüß gott so den gucken wir mal 1 und 1 so das kommt in der mitte denke ich mal ja so moment und bäuerh� Jen so bäuerh sheiner bäuerh sheiner wie sagte mal irgendwas pixel was hast du zu sagen nicht wahr du guckst nur ok dann nicht abschnitt nummer 42 so sieht das ding aus nummer 43 der bau mal was das grüne so pebi nicht an das nicht dass er oft anknutschen nur mal ein grünes war das grün der typ von amazon lässt sich aber zeit war mit meiner dvd von nun vor aber da ja auch heute bei amazon prime video heute wonder woman 1984 erschienen ist wird es ein langer abend auf alle filmen bei gestern abend hatte ich mir jack richard 1 zu 2 angetan hatte zwei jetzt zwei tagen urlaub heute haben wir ja den 27 und morgen den 28 haben wir zwei urlaubstage noch genommen in den vatertag das war gerade pixel der mir den stuhl offen angefallen lassen hat happy kiwi das tat jetzt gerade wie gerade natürlich auf den den fuß hat der von hause auch schon wehtut d und hatte und das natürlich jetzt doppelt schmerzhaft weil ich eben anderen fuß jetzt gerade krampf bekommen habe in der ferse im fersenbereich in kampf das nicht gut pepi kiwi das gerade nur jemand vorbeigelaufen bleibt locker und pixel schmeiß nicht alles irgendwo runter oder um ich sehe schon kommen da irgendwann mal der versicherung zu sagen halt wieder ich habe mir die knochen gebraucht weil mir die katze den bing gestellt hat den typ von der versicherung möchte gerne mal erleben der sagt jo jo so toll jetzt bin ich auf der suche so viele einzelteile ich brauche ein dreierteil 333 333 3333 hier ist das und dann nur in die kreis zange mann 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 so so sehr ab das hat natürlich wieder die tüchte gewählen geschlagen was das hier einmal von arbeit das sohn hat mal 833 blöcke so was sagt die uhr überhaupt die uhr sagt noch ja nüßt aber egal ich hätte drauf auf einmal wieder zeit für den tomatensaft schön mit tabasco barbeque pfeffer pfeffer salz pfeffer salz ich bin nur lang halt die backen kann die ganze zeit sagst du nüßt und jetzt urplötzlich was ihr ihn auf dicke hose sondert sondert knallfrosch genau so noch toll jetzt kommt genau dieselbe mist noch mal eben so so jetzt wird es wieder hell war ja jetzt soll das licht an ich habe die wachsen dicke noch mal so ein grünes stück dann noch mal so ein langstick so so jetzt wird sich wieder zu das wetter weiß auch nicht was es will ich man 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 so und hier verkehrt muss sagen das gebaut werden so sieht es besser aus so und das jetzt hier und so die kneifzange fehlt wo haben wir die kneifzange ein mint und ein dings ihr könnt krach machen wenn halt amazon hätte hier ankommt mit meinem film dann könnte krach waren aber so doch nicht jetzt wollen wir geben so sieht es erstmal aus ja noch keine form an aber es wird es wird pixel und puma wenn ich hier fertig bin dann gibt es was zu haben oder beziehungsweise ich baue ja so lange halte bis seit mutter mit meiner schwester halte und mit meinem neffen hier auftauchen wenn die wieder hier auftauchen wird hier sowieso erstmal pausiert weil der kleine denn hier ankommt und dann hier vielleicht mitbauen will nix da nix da nix da kommt gar eigentlich eine tüte ist mein lego wird also ist noch gar nicht alt genug für das zeug ok 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 immer 46 von wie viel von 252 nach groß paar zeit jetzt kommt 47 nach 46 kommt die 47 und das ist immer noch viel zu viel klein zurück auf dem tisch hier liste das hier aufgesetzt nur gucken wir nicht dass wir hier so haben so 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 schon wieder folge so ein bloß ist das hier so sieht es erst mal wieder baubchen nummer nach nummer 48 aus nach nicht so davon wenn man spitzes blanco auch mann ich sehe schon wieder den wald von lauter bäumen hier nicht hier ja wie rein zwei schwarze kein toll irgendwie blöder 1 mann ich finde den weiterleute bei mir nicht so das ding hier jetzt noch ein zweites mal irgendwie sehe ich das hier 2 mal die frage ist was passiert was hat sich bisher bei den bausätzen noch nicht gehabt jetzt mal hier sortieren pixel hör auf hier perpito zu ärgern hier sonst gibt es ja nichts zu futtern hör auf damit lass das lass den klingt lag auf dem kopf da kann ich auch lange suchen mit so becky du atmest ziemlich schwer du hast es auch so schwer die ganze zeit sie stück hier an jetzt kommt wieder so ein gescheit für sie aufgabe fusi fusi kiwi und perpito lasst den puman ruhr und pixel lasst den pappi in ruhr mann 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 hört oft damit das ding hätten sie es könnten könnte da muss seit mit dem klub schienen fingern emilatieren und so nix mann hier so sieht schon bei 20 minuten bei dem abschneiden pro schmalzeit die videos wenn er ziemlich lang hier ja 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 pixel du 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 mann 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 leute bin das doch mal wir sind bei abschneid nummer 50 pixel video läuft das hier über den tischland da gibt's und so light locker pixie so so sieht es jetzt aus so 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 x was machst du da so ist es so das denke jetzt nicht bestimmt liegt das andere teile hoch ich hab's gefunden steht da irgendwas drauf hier was denn peppy bleibt locker pizza sitzt nur hier auf dem tisch der macht doch ja nicht bleibt mir schmeidig leute erst um 8 uhr gibt es was zu futtern unter gassi gern kalt dann nicht vorher wir wollen ja nicht mit anderen sachen anfang ja nein 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 nix da Nein, Peppi, hörf zu wimmern, hörf zu wimmern, du Wimmerbolzen. So, jetzt kann man sich hier zusammenschieben, perfekt, Nummer 53, so ein langes Teil, zwei vier. So, wenn ich hier mit der Tüte Nummer zwei fertig bin, dann könnt ihr noch mal raus in den Garten gehen. Mann, Mann, Mann. Aber es regnet draußen, dann werdet ihr nass, selber schuld. Damit müsst ihr dann lieben, dass ihr nass werdet. So. Und so. Rot. Und langsam nimmt das natürlich hier schon Form an. Die Festung statt hier schon wieder alles. So. So. Kalina. Beige, 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 zweimal schwarz drei. So. 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 Und so. Und davon drei. Und zwei. So. 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 Zwei Blätter Baby of Swimma, nee, dir tut keiner was Ach die Masse Die Wind kommt zusammen Mie 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 mie, komm doch her Peppy und setz dich hier auf den Stuhl hin, nee Wenn du was zu sagen hast, hier die Kamera ist an, komm hin, sag was Du hast was zu sagen, bitte sehr Was hast du denn da am Ohr schon wieder Mann, 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 Mann Hi Puma So, toll, jetzt muss ich einfach gucken, wie Hä, jetzt So, das hier auf Da auf Was kommt hier hin So, machen wir jetzt hier eine Fuselarbeit So 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 Jetzt machen wir wieder so ein längeres Teil Zwei 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 32 minuten schon erwähnt nur für das ding hier immer mal hier kurze pause